Da haben wir uns entschieden, die Verträge von Philippe Bargfrede und Sebastian Langkamp nicht zu verlängern. Was uns bei beiden wirklich auch nicht leicht gefallen ist, weil beide in den letzten Jahren eine sehr, sehr wichtige Rolle eingenommen haben und natürlich gerade Barghi hier eine Institution schon war, seit der Jugend, seit der U14, glaube ich, hier tätig war und das für uns insbesondere menschlich auch keine leichte Entscheidung war. Wir aber diese Entscheidung letztendlich auch so getroffen haben, um dort einfach unsere Mannschaft zu verjüngen, um eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft ein Stück weit auch wieder aufzubauen. Bei Barghi gibt es keine zwei Meinungen, welche Institution er bei Werder Bremen ist und das auch immer sein wird und dementsprechend freue ich mich, dass ich die Gelegenheit nochmal hatte, das auch öffentlich zu machen, weil mir das einfach sehr wichtig ist und bin sicher und hoffe, dass sie auch in nächster Zeit herausfordernde Aufgaben finden und dann im Grunde aber auch Werderaner bleiben werden. Basti und Barghi waren ja natürlich schon auch ein Stück weit enttäuscht, weil sie schon auch gehofft hatten, dass es hier noch weitergeht. Sie haben eine sehr, sehr hohe Identifikation mit dem Verein gezeigt und hätten sich natürlich auch gewünscht, dass es hier weitergeht. Deswegen war die Enttäuschung da schon auch spürbar. Also Barghi fühlt sich jung und fit genug, noch weiterzuspielen, möchte auch noch weiterspielen und deswegen gehe ich davon aus, dass er auch noch auf dem Platz auftauchen wird in den nächsten Jahren. Aber nichtsdestotrotz werden wir daran festhalten, dass er bei uns nach Beendigung seiner Karriere auch ein Trainingprogramm starten wird, da sind wir auch jetzt in den Gesprächen so verblieben, dass das natürlich weiter Bestand hat. Wir haben es ja gerade betont, dass das Barghi hier seit der U12, U14 tätig ist, nie beim anderen Verein dann gespielt hat und als Typ einfach auch die Werte vertritt und sich auch über den Fußball hinaus mit vielen Dingen beschäftigt und also beziehungsweise über das, was seine Aufgabe vielleicht auf dem Platz war. Er bringt da sehr, sehr viel Interesse mit und deswegen ist es jemand, den wir uns dann eben auch sehr, sehr gut in einer anderen Position vorstellen können. Und dann wird das so, sehr gut in der Hangelung dass das nicht immer auf dem Platz gehalten ist.